Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu neuen Jobvideos hier auf meinem Kanal. Ich hoffe euch gefallen diese Videos generell. Zurzeit läuft es mit dem Kanal im generellen eigentlich nicht ganz gut, leider. Ja, ich versuche jetzt wieder wirklich regelmäßig Videos zu machen, wieder ein bisschen reinzukommen, damit natürlich auch wieder die Aufrufe hier auf den Kanal kommen. Wäre auf jeden Fall nice und wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und teilt auch gerne dieses Video mit euren Freunden und erzählt denen generell erst nach von diesem Kanal. Ich habe auch eine neue Tastatur, jetzt endlich eine mechanische. Ich glaube man hört sie so ein bisschen im Hintergrund, wenn ich darauf klicke. Aber wenn ich jemand nicht spreche, dann sollte man sie glaube ich nicht hören. Ich weiß jetzt nicht, ob es geklappt hat, sonst muss ich nochmal nachher etwas in OBS einstellen, dass man die, während ich spreche, lässt sich das eben nicht ganz so unterdrücken. Trotzdem ist sie nicht allzu laut, die Tastatur. Ich würde sagen, bevor ich mich hier nicht noch komplett verquatsche, switch noch rüber an Itemshop und gucken, was dort alles neu ist. Okay, viele, viele alte Skins, kaum neues oder kaum neuere Skins. Ich würde dann sagen, wir beginnen ganz links mit dem Raptor-Skin. Ich glaube, das ist auch einer der ersten Rucksäcke, die der hier hatte. Davor hatte er glaube ich so ziemlich kein Skin, ein Rucksack. Ist schon ein extremer OG-Skin, der ist schon sehr, sehr alt. Season 2 oder so oder Season 1 sogar. Auch Party-Lüwe. Ist natürlich ziemlich teuer, hat allerdings auch einen wirklich coolen Sound. Und ja, cooler Skin. Haben wir Farbenbomber. Ist auch ein extrem alter Skin. Ich glaube Season 2 oder so oder Season 3 ist da rausgekommen. Ähm, ja, ist schon lange her. Und auch noch die Regenbogenwuchtspitzhacke. Der auch reaktiv ist. Ich weiß gar nicht, ob man das hier drin sehen kann. Ich glaube, gerade passiert aber nicht. Spitzhacke, dass die reaktiv wird. Und dann haben wir die Kuschelbeauftragte. Die ist ja vom Valentinstag-Event. Und das ist ja auch schon extrem lange her. Die Spitzhacke ist natürlich nicht ganz so neu. Äh, nicht ganz so alt. Die war ja diesen Valentinstag, diesen, den Valentinstag dieses Jahr erst dazugekommen. Ich glaube, das sind alles alte Skins. Weil die haben im Prinzip auch so in der Zeit dann der, ähm, Thanos-Modus reinkam. Der auch schon mittlerweile ein Jahr äh, alt ist, glaube ich. So ungefähr. Und die Skins sind auch ungefähr ein Jahr so alt. Mehr als ein Jahr alt. Und deshalb eben halt so ein bisschen OG. Und dann wird vielleicht nachher mit dem neuen, ähm, mit dem Update auch der Shop aktualisieren. Und dann kommen irgendwelche, äh, neuen Skins vielleicht rein. Ist auch ein OG-Emote. Ist sehr alt. Season 2, glaube ich, oder so. Ähm, eigentlich ganz nice. Jetzt aber nicht unbedingt der Beste vielleicht. Dann gibt es noch die Spektralhacke. Auch schon extrem alte. Hat einen coolen Sound. Sieht auch eigentlich richtig cool aus. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir hier Armadillo. Ist eine, ein neuerer Skin auf jeden Fall. Klar, auch nicht mehr allzu neu. Trotzdem noch relativ neu. Sieht trotzdem eigentlich richtig cool aus. Und dann haben wir noch die Arctis-Assassinen. Die natürlich auch wirklich schon sehr, sehr alt ist. Ich glaube sogar Season 1 Skin. Ähm, ist auf jeden Fall ein nicer Skin eigentlich. 1200 Reebok-Skine für klar. Dann haben wir auf großem Fuße. Ist, glaube ich, auch schon ein alter Eben-Mode. Wobei, ich glaube, ich glaube, das ist nicht einer der ältesten Emotes. Und dann haben wir noch Punktladung. Das ist eine relativ neue Gleiter eigentlich. Sieht auf jeden Fall eigentlich ganz cool aus. 500 Reeboks gehen dafür auch vollkommen klar. Ähm, schreibt auch mal gerne in die Kommentare. Ich weiß, ich klicke jetzt zwar nicht allzu viel auf der Tastatur herum. Aber trotzdem könnt ihr mal reinschreiben, ob man es denn so zwischendurch mal hört. Ähm, natürlich mit Cherry MX Red Switches. Wenn ich dazu mal ein Review machen soll, dann schreibt es doch gerne auch in die Kommentare. Wenn man heute das Superhelden-Lama, ähm, größtenteils unbrauchbare Gegenstände. 1000 Reeboks sind dafür ein bisschen übertrieben. Da ist am Upgrade-Lama meistens mehr drin. Und man kann sich, ähm, genauso gut hier auch einfach die, hab ich dir noch, die Kraft, die Legende an Kraftkennen kaufen hier auch. Und, ähm, hat dann genauso viel davon. Natürlich hat sich heute auch der Shop aktualisiert. Ähm, ich denke eigentlich, dass vielleicht sogar eine neue Waffe noch reinkommt. Und jetzt, nachher, auf jeden Fall haben wir die Edelsense heute zum einen Top. Ich glaube, die ist jetzt nicht so unbedingt gut. Natürlich hat sich hier alles aktualisiert. Haben wir noch Haufbolden-Luna. Die hat Abklingzeit von Halbmond-Tritt verringert. Und sonst eigentlich nichts Besonderes. Auf der linken Seite natürlich immer noch die Oster-Skins. Die beiden sind wirklich stark und gut in Kombinationen einbauen. Schaut auch gerne bei Yvonix vorbei. Der macht so ziemlich jeder Helden-Kombinationen-Video. Ähm, ist auf jeden Fall nice. Und ich hoffe, ihr schaut dann auch beim nächsten Video wieder hier hin. Und bis dahin. Ciao.